willkommen in den schloss dracula ok gut mit opium opa alias aka feenkönig wow 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 uh-huh oh yeah ha 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 KUHD S Und keine Info, natürlich mehr was machen. Okay. Wollte ich nicht umbringen? Oh, Jesus. Okay. 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 Ich bin König, hallo. Ja, die Galerie der Zeit wird von Monstern bewohnt. Das wird hart. Eine Strafe für den Verstoß gegen das Gebot der Zeit. Hahaha. Wie deine Arnteuer endet, wird sich zeigen. Ich weiß nicht, was kommen wird. Du musst es selbst herausfinden. Ja. Äh. Ja. Aber was willst du sagen? Äh. Äh. Dings teilen. Okay. Und da geht's halt Schlussfolger und wird er raus. Burg Düstheimen. Und nun auch Fotogenen. Okay. Kann man auch nix machen. Gehen wir wieder zurück. Und ich hatte eben noch die stille Hoffnung, dass wir Mimik und so weiter kaufen können. Äh. 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 Es wird nichts übrig bleiben, also an die behinderen Ebenen zu gehen und zu grinden. JT, ach so, wartet mal, ähm, LB-Pos, du würdest euch mal das Klumpier jetzt ausrüsten, ne, wenn wir es ja nicht Upgrades machen, langsam mal, nochmal stehen lassen, du wirst das ausrüsten, weil jetzt kannst du halt echt sein, jetzt wird's, wird's hässlich. Ich weiß schon, die eine, das passt, dann schauen wir, die eine Waffe, okay, Galerie der Zeit, klack, 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 18 Jahre zurück, Ich muss sagen, kommt eine Cutscene, wen trainieren wir eigentlich, eigentlich hätte ich mal vor, um den Wokely weiterzumachen. Okay, ich muss näher ran, dann hat er fail. Nice. One versus one, bitch. Au! Der muss halt da durch, was soll ich machen? Perfekt. Middlestruck. Gut, dann schauen wir mal, was es hier gibt. Wir können eigentlich gleich wieder auf unseren, auf uns wechseln, auf den Buki. Ja, Hand drauf und wir kriegen heraus. Mond. Sonne, Mond und Sterne, zum Kacken geh ich gerne. Wartet mal. Da ist schon ein Mund drauf, wo ist das schon ein Schwert? ja ich bin glücking oh god, ich bleibe jetzt auf grünungstag, okay ich mach mal weiter was ist das für ein weg hier? ja, gut da würde ich jetzt auf Distanz gehen bei dem ha bitch please nein, die fluchermunde ist so schön die block halt nicht so schnell wie ich das gerne hätte manchmal finde ich etwas nervig ich sehe schon, wenn sie durchchangen Vorteil ist halt an Rangit der kann nicht gut auf range ach, mach erstmal eine Sache fertig, komm so, freck in Hölle lan ja, schieße halt, passiert mich nicht aha, Opfer ich t-back dich ach so, warte, kann ich ja gar nicht scheiße der müsste aber ganz gut auf eilig reagieren oh yes oh Feenring ist voll yo wir müssen gucken, was er braucht äh, feuer, kälte, da und noch wind stahl und stein ok bearbeiten hat er schon drin dann aufrösten feuer so, was brauche ich jetzt noch achte damals 19 äh uuuh mal 2 so, dann kannst du noch was sparen so perfekt äh, ein switch das war dann online mäßig hier, ne? wisst ja wogehalten irgendwo beim schnitt auch herkommen können und es einsetzen eine schatzkarte äh, ich muss an ein laufe ja oh man ich will mit dem powertrank jetzt das machen, falls er fragt ja, super ne, wenn du mit einem halbischen Part auf render den kurz lad's hoch und werden weiter aufnehmen äh, dass ihr heute eine Folge habt ach, jetzt fickt dich doch warte mal ich muss kurz um disponieren die die dreist die 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 Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, wir können uns nicht verpissen, aber wir schauen uns die restliche Ebene an. Wir brauchen äußerst viel Haltbarkeit. Da werden wir im Grunde genommen auf die hintere Ebene müssen. Wir müssen noch mal schauen, was wir da brauchen. Ah, shit. Bis aufladen! Ja, 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 halt zum Mauer. Gibt's Geld? Aschloch. Oh. Genau. Donner. Uh, nice. Aber eigentlich voll schnell XP, die Waffe. Gegenstand benutzen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas in Hinsicht haben. Nö. Äh, müssen wir kurz noch schauen, wenn wir jetzt den Apfel geben. 30. 160 hat der. Bitte was? Nee, das ist nur okay. Oh Gott, okay. Alles gut. Aber auf jeden Fall noch nicht. Okay. Müssen wir noch mal gucken, was es ist. Ah, das mit diesen blöden Minutaurus Jodo. So einfach gelöst. Irgendwas erstmal da drauf kommt. Aber naja. Äh, gehen wir weiter. Eigentlich ja. Ja. Spricht nichts dagegen. Ja. 21 Jahre zurück. Ach, ist jetzt voll. Äh, was braucht der? Eingriff, Zauberkraft und sämtliche Elemente. Äh. Haben wir überhaupt es reicht? Okay. Düster Schlüssel. Haha, tot. Hab ich ihn gebracht. Noch mal die Rainingfeder. Ist ja schön. Das sind Dark Rolling ein bisschen entspannter, das sind so zwei Charaktere. Sophia, wie haben die gesucht vor Warschen? Wie soll ich doch wieder ein 15er daheim sein, du blöde Bitch? Okay, machen wir das. Kleiner, dummer Drecksack. Gegenstand. Irgendwie finster, ja, wow. Wie hochintelligent. Ersatz. Er droppt immer Looter-Sack. Ah, wen wir da wohl brauchen. Mogli-Power. Äh, okay. Miauts, genau. Äh, Sekunde. Nach gar kein Attribut ausquillt. Ha, weil es auch kein Satz hat. Okay. Warte. Was ist ein Stein? Ich bin auf die Bestein. jetzt wird er drauf was reifte dann hat auch nichts okay ihr überlebenspulver So, alle müssen wir kurz aufladen. Spar your money. So, meine kleine Maus, mach es doch mal weiter hier in der Geschichte. Miau. Ludmilla, unsere Katze. Äh, ne, wir gehen gar nicht weiter. Ja, ist mir aber gespannt, dass ihr da noch treibt. Sauber Crystal. Okay, jetzt tot. Okay. Freik in Hölle. Wow, 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 pass mal, du Fräulein. Jetzt voll auf uns abgesehen. Okay, das hört mir zu lang. Mowgli. Nice. Das geht zwar halber kaputt gerade, aber es ist egal. So, dann brauchen wir den anderen wieder. Mein kleines Söhne-Man. Ich weiß aber noch, da gibt es eine Sache mit der Oma, da war ich immer zu dumm, die zu lösen. Da habe ich immer noch eine Lösung sucht. Ich war zu blöd für. Ich habe es so, vielleicht packe ich es heute, weil ihr Gehirn ein bisschen größer, aber egal. Ne, oder weiser, wenn ich ihn anders denke. Da habe ich damals schon gekotzt. Uha. Komm schon mal, können wir sie kuscheln, mein Luft? Ah, ein Uhrzeiger. Sehr schön. Äh. Äh. So. Weggelasert, der Bastard. Warum hier den Schlüssel, oder? Ich hoffe, ich jetzt mal. Und nachdem, die kommen wir auf uns raus. Material nachkaufen. Lelandkarte. Das hier checken wir aber ab, weil es könnte uns interessantes sein. Hallo, Billy. Toter Billy. Bully. I don't think you will live again. An die Kälte Amulett. Ich finde es auch witzig, es ist mit der Geschwiligkeit, es ist mit der Waffenausdauer, so gemacht, dass es im Magazin ist. Billy. I will fight you. I will fight you. And I will kill you. Donner halt. Der Donner, was ich denke, oder? Yes. Ach, die hätte Opa verkaufen können. Für 3000 Edelsteine, wissen wir, was wir da grinden müssen? Oh Gott. Zeige angebracht. Ziffernblatt berühren. Ich muss sagen, muss ich auch ein paar Mal drehen, bis da so 18 Jahre rückwärts gehen, ne? So, aber lassen wir uns verliess. Mats nachkaufen. Opium, Opa. Bin ich aber nicht, dass man jetzt hier irgendwo hinreißen muss, dafür. Wir haben 10, 14 Stück, das passt. Hatte ich aber auch die andere Waffe verkauft? Ja, der hat verkauft. Äh, Aufbewahrungsschalter. Nichts relevantes drin. Weil, ganz ohne Reißen kommen wir auch nicht aus, weil, das war weiter, oder? Der hat halt auch Angriff von allen, ist der Wichser, aber, der Dino. Warte mal, aber Dino könnte man kaufen. Ah, ich hole mal kurz Mr. Teddy. Sekunde. So. Also. Pflanzenbahn könnte man Poacher kaufen. Attributsteine. Mehrvertilger. Markedur kann man kaufen. Steinbrecher. Himmelsbrecher. Tierbahn. Der hat aber den Dino im Gegenzug. Das heißt, es fehlt eigentlich nur noch die Mimik, die man kaufen können. Und Stahl, ne? Stahl und die Mime. Tierbahn kann man jetzt kaufen. A Dino-Bahn. Fehlen nur die zwei. Interessant. Gut, eine Ebene machen wir noch. Das kriegen wir zartlich hören. Wir sehen es ja nur noch am Cry, also am Durchboxen. Galerie der Zeit. Dein Arsch wird schon breit. Vom Hinsetzen der ganze Zeit. 38 Jahre. 5, 18, 23, 38. Warte mal. Da macht er 5 Jahre, da macht er 5, 10. Da ist es, da macht er einen 13er Sprung. Da macht er wieder 5. Und dann macht er 15 jetzt. Okay. Schaut auf, Mathe, eben. Oh, na, what air do. beste ebene das würde waffen aufnahme ich habe bett gefunden wow wir sind wenn wir später das hat man real einsetzen können meine fräse wie sieht es viel doch an ja ich habe gesehen als auch hat gemerkt mime scheiße Bei mir hat er ein paar Mal geblockt, dann kann man ihn lieber reparieren. Ich bin ja auch schon vorhin, wenn wir die Waffe geupgradet haben. Echt? Oh, der Scheiß. So. Böse Fledermark. Als ein Batman. So. Gut, gut, gut. So, jetzt müssen wir ihn mal ausspülen. Oh, Kiste. Rekordi. Wurzeln, sechs mehr. Gut. Lange will sie auf Zistanzangriff. Los, Ludmilla. Du bist dran. Wumische Kanzel. Ah. Ah. Ah, das ist ja kurz vorles. Wow. Oh. Ja In die Kamera So und dort Wir können gleich wieder ein Switch machen Ja Aaaaaaah Komm her, vorrück in Hölle lan! Haha, verarscht! Weiß nicht, du schlägst dir hier, du Bastard! Denk ich, ich bin jetzt verarschen, ne? Nix da! Oh, jetzt haben wir das Knie am Schreibtisch, alles gut. Da ist nichts passiert noch. Ich verfault jetzt nur gerade, aber ist in Ordnung. Ich bin schon der Meme geschädigt, echt, oder? Der Witz. So, da haben wir schon mal einen Ausgang. Jetzt werden wir noch ein Pistal. Ah, ein Rap-Holfer, so schön, wenn wir schon mal hier sind, schauen wir hier gleich mal nach. Kurur, kurur, kurr! Kurururururur! Knie tut! Ja, komm, mach mit dem Powerball los, ich wollte gar nicht drauf schießen. Okay. Komm doch, komm an, ich will mich niemals besiegen mit meinem Todeswirbel. Hat man da schon das Maul gekriegt? Man übst er eher. Jut, die warten wir uns da lang, Maunika. This way. Das ist wie eine Miele. Nee, ich sehe rasch hier aus. Nee, ist nicht. Rap-Pulver ist ja schön, wenn man zwei nicht spart. Oh, Transfeder-Ski, gerne. Eine Erneuerung der Neuzeit. Komm. Hallo. Fuck, greedy. Ich wollte es wissen. Ob das neue Auto-Rap-Pulver verballert. Aber es funktioniert. Wäre aber scheiße gewesen. Wenn die Waffe hingegangen. Wobei, das sind unsere Main-Wappen. Das ist okay. Da müsste Katze, da müsste er. Ach, leck mich doch. Mime. Oh, doch. Falle erraten. Giftfalle. Kann ich mit leben. Falle erraten. Springfalle. Äh, ich würde wieder ein Sankar. Ja, jetzt geht es doch nicht. Fischköder. Nein, wir haben Dings. Wissen wir eh vorbei, oder? Ja, nee, sowieso. Von daher passt das nicht. Oh. Äh, Donner wäre aber echt gut, glaube ich, gegen den. Oh, nö, jetzt habe ich noch 8, nicht so dumm. Stein. Ein Stein, der deinen Namen trägt, über Ionen mich erschlägt. Was wünsche mir in der Tatnacht? Oh, ein Grief. Gut. Wenn ich gerne hier bitte nochmal danke. Feind im Sturm. Okay, klein Motherfucker. Ich verstehe. Immer was... Die Da. 12... Die Da. orعauora. aber sie kam zu früh. Die Da. Die Da. Kann es nicht sein, plötzlich. Perfinde ich sie wieder. wohl beide verreckt nice hinten auch mal was für die innere ebene fallen lassen die arschlöcher ex-monster na ja jetzt können wir zurück die musik ist sehr monoton und nicht bei euch mehr hier einmal kurz wieder durch und machen riefel von der flussigkeit so reparieren so der repel vorverballert haben sie viel kohle kapper so noch der riefel der zu tun ist lang man es ist so geil Komm, da kommt Ranji dran. Ranji. Da kommt der Easy rein ins Ziffernblatt. Wo war's? Da war's. Ja, touch it. Nee, verließ bitte Verlasser. Verkaufen noch kurz noch ein Shit. Opium Opa. So, da man Money brauchen, müssen wir das erstmal verschicken. Das kann auch weg. Ich habe aber kein Käse mehr, der alte Drecksack. Ich muss auch extern einkaufen. Fünfzehn nochmal ist perfekt. Okay, so genau. Dann haben wir schon mit dabei. Es ist ein langes Teil, kommt hier noch nicht vergessen. Es gibt zukünftig wieder also Folgen ineinander. Nicht immer hier mit Start, Stopp. Machen wir irgendwie gar nochmal. Habe ich früher mal eine Weile gemacht, weil es entspannter war. Ähm, ja. Aber... Oh, ich wird produziert. Huch. Ach, vorgesehen, ich bin Kaffee. Gehen trotzdem was für eine Scheiße. Okay, bis dann. Tschüss. Musik Vielen Dank.